Ich hab mir einen Atombunker gebaut. Muss ich dir zeigen. Das Ding ist der Knaller. Komm. Ist das da der Bürgermeister? Ja, der hat den Bunker persönlich eingeweiht. Komm. Scheiße, Raik. Das ist ja wie der Abstieg in die Hölle. Scheiße, Raik. Das ist ja wieder Abstieg in die Hölle.